Es gibt immer mehr verbale, aber auch körperliche Übergriffe gegenüber Polizeibeamten. Aus diesem Grund haben Polizeibeamte gefordert, dass es sogenannte Kameralösungen gibt, die ihre Amtshandlungen, die sie vorzunehmen haben, durch Videos aufgezeichnet werden. Diese sogenannten Bodycams waren auch ein Thema im Innenausschuss, hier im Brandenburger Landtag. Der Innenminister wusste nicht, wo diese im Land Brandenburg eingesetzt werden. Es sieht so aus, dass diese sogenannten Bodycams von der Bundespolizei auch in Brandenburg schon in einer Testphase erprobt werden. Dies haben wir von der AfD-Fraktion anlässlich eines Treffens mit dem Direktorium der Bundespolizei vorgeführt bekommen und auch eine Diskussion über das Führen wieder dieser sogenannten Bodycams geführt. Die Brandenburger Polizei hat bisher noch keine dieser Kameras, die am Körper des Polizisten getragen werden. Das Land Hessen macht einen Versuch und, wie gesagt, die Bundespolizei in Berlin und in Brandenburg. Es wäre schön, wenn diese Erkenntnisse auch das Innenministerium erreichen würden.